Geht doch, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Das ist jetzt die Frage. Was das Team betrifft, dann müsste ich wahrscheinlich die anderen... Dinger da rauslöschen noch. Allerdings macht es dann schon mehr Sinn. Was? Was? Ich kriege ja die Krise. Oh Gott. Ernsthaft? Okay, gut zu wissen. Let's click Wetter-Wahrscheinlichkeiten, rechts-click dynamisches Wetter benutzen. Hä? Na gut, dann funktioniert das halt doch bei der Audio. Das ist schon mal gut. Dann muss ich das nicht nebenbei den Bombenzell im Hintergrund laufen lassen und anscheinend kann ich wieder raus tappen, um das wieder anzupassen. Äh, ja. Genau. Äh, ja. Aber das mit dem Edenteil, denkst du, das werde ich nochmal anpassen und so weiter. Dann halt beim nächsten Mal. Und das ist ja schon echt eklige Suppe hier hinten, ne? Jetzt haben wir hier zwei Verbindungen. Eine dritte war natürlich auch schon nicht schlecht, ne? So, die Frage, wo? Direkt hier? Ich weiß sie nicht. Hier weiß ich auch nicht. Dann lassen wir jetzt mal mal dabei. Ähm... Warum... Wieder ein bisschen mehr... Wir haben ein bisschen mehr Bedarf, was... Irgendwie ist das Gefühl lauter als vorher, aber es kommt wahrscheinlich nur mehr so vor. Wir haben Bedarf an... Industrie! Deswegen bauen wir mal ein bisschen Industrie nieder und... Ich würde sagen, hier in dem Bereich... Auf jeden Fall... Wir brauchen aber auch... Ach, hier war das. 50.000... Naja. Ein anderer mal vielleicht. Ähm... Wir müssen hier ordentlich Geld für... Krankenhäuser ausgeben. Die irgendwie nirgendswo hinpassen wollen. Wenn nicht hierhin passen wollen, besser gesagt. Jetzt nehmen wir es mal hier. Äh... Zack. Feuerwehr... Das Feuerwehr ist sogar so. Ein relativ kleines Gebäude ist schon... Ja... Nett. Nett zu platzieren. Und einfach nochmal Polizei... Auch eine große... Mh... 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 Das ist natürlich verheerend. Das Feuerwehr kann natürlich verheerend sein. Deswegen... Machen wir es mal wieder ein bisschen grob. Das Grund... Das Grund... Konstrukt... Das Grundlayout haben. Grundnetz so. Das ist besser. Äh... Ja... So... Dann ist es hier... Können wir da jetzt noch dort verbinden. Dann haben wir da auch schon ein bisschen... Und der Rest... Ach, machen wir den Rest auch schon mal. Darum später machen wir uns auch jetzt nicht mehr können. Passt. Ah... Dann wieder mit dem schönen Spaß... dem Ganzen... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe das Gefühl, singt die Stadt Aktivität, ich weiß nicht, aber wir müssen uns auch kümmern und ja, der Rest kommt von selbst, wie sonst auch, wir haben auch noch ein großes Gebiet, aber wir brauchen erstmal die 34.000, da werden wir noch hinkommen und ja, hier staut es sich langsam, das gefällt mir gar nicht, gut, dass ich auch an den Ampeln mit unten schaue, weil die Ampeln wollten wir ja hier drin haben, wir wollen ja nicht so sannulich auf die, wir scheißen ja indirekt auf die, die Dings, auf die, ja indirekt scheiß machen, also auf den großen Straßen machen, weil schon mit Ampeln oder der Rest ist halt ohne, glaube ich hoffe ich, hier ist auch keine Ampel, hier können wir die Ampel eigentlich auch wegnehmen und dass wir Vorfahrtsstraßen und so weiter machen, aber so von Hauptstraße zu Hauptstraße sollte halt schon mit Ampelanlage gesichert werden, gesichert sein, das heißt wir kümmern uns.